Seit tausenden von Jahren flogen die Gänsescharen ungestört gen Süden. Doch dann... Peng! ...kam er. Ich geb dir eine letzte Chance, dich als Erwachsen zu erweisen. Du führst Junioren ab. Hey, Peng! Ich flieg doch nicht mit den Kindern. Die sind kindisch. Das ist Peng. Gänse dich in einen Fluch! Er lässt die Fetzen fliegen. Mir ist eine familienfreundliche Gemeinde. Du bist nicht familienfreundlich. Ja, und wo liegt das Problem? Er ist eine echte Rakete. Hier fliegt keiner besser als ich. Quatsch, quatsch, quatsch. Er labert quatsch. Bis er durch einen Fehler... ...tief in der Patsche sitzt. Leute, halt! Wartet auf mich! Diesen Sommer... Wir haben die anderen verloren. Kannst du uns helfen? ...muss er mit den Kindern klarkommen. Du bist total ahnungslos, oder? Auch wenn's brenzlig wird. Oh, die sind wie Sterne. Hilfe, Leute! Ich hab keine Bremse eingebaut! Lass mich los, du Spinner! Oh, Mann! Ganz im Glück! Nein, 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 nein! Ab 9. August überall im Kino. Dice! Zwei, wenn's brenzlig ist...